Hallo, du spielst jetzt digitales Sport. Ja, hallo und an. Least played, ja. Least played. So, grundsätzlich habe ich auch schon eine Idee. Ich meine, es gibt ja keinen Grund zur Hektik. Die meisten haben ja eh andere Helden und ich bin ja noch dank meiner Fokussierung auf ein paar bestimmte Helden. Ähm, bin ich ja immer noch sehr weit gestreut, was das Least played angeht. Hm, mal sehen. Immer noch die Tötennummer. Echosaber würde ich jetzt nicht versuchen mit Tiny. Ähm. Mal sehen. 5 Sekunden remain. Und. No chance to move. So. Die Warneregeneration ist natürlich jetzt nicht so. Moment. Brauche ich nachdem gar nicht. Safe. Machen wir mal das. Ich nehme an, das wird besser sein, wenn ich jetzt tatsächlich Safe-Win spiele. Ähm. Mal gucken. Ah, Fähigkeits-Guide. Alles klar, so funktioniert's. Ja. Die Betäubungswelle. Was? Patreon. Ähm. Kein Echosaber drin. Hier auch nicht. Aha. Core-Safe. Maybe this match will teach me how to love. Hm. Okay. Vielleicht sollte ich noch mal gucken bei dem. 14 Sekunden habe ich noch. Wer ist das? Night Stalker. Hm. Hm. Base items. Begin the murder fest. I will take that. This means gold remains. Gold remains. Ah. Rolling out. Keiner kann es hier mal versuchen. Wäre ja auf jeden Fall mal eine Idee, ne? Ne, au. Wie hat er das denn? So, direkt. Das ist schon richtig praktisch. Das Problem ist eben, es kostet sehr viel Mana. Ja, fast geradeaus wie ein Auto-Zauber. Was wäre es? Ein Auto-Zauber mit 120 Mana. Wäre ein bisschen lächerlich. Ähm. Ich gehe mal, ne? Okay. Trent wird sich die Rune holen. Ja. Hm. So. Nein, der ist ein bisschen gerade noch. Mana ist eben gerade nicht gekommen. Silenced. Ah, guck mal, da war ein Trench. Oh, hey. Da kriege ich meine Mana hier. I've dropped my capstone. Thus are mountains built. We have first blood. Hm. Look who's first. Hm. Scheiße. Dang it. Was zum? Stimmt, wir haben ja Supports hier. Mehrere. Wir hatten ja irgendwie vier oder fünf Punkte drauf. Das ist ja 260. Vergiss es. Nein. Geht so. Was ist denn hier überhaupt? Scheiße, wie wartet es sich? Töbungsdauer. Hm. Trench ist da. Ich brauch diese verdammte Flasche. Oder irgendwas mit Mana-Regeneration. Möglichst viel Mana-Regeneration. Ich hab nicht genug Mana für den Shit. Was ich ja nur gesagt hab. Ach du denn. Oh. Na, das ist HFK. Hm. 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 Und was sollt ihr das jetzt kriegen? Außer, dass du mich einmal betäuben kannst. Das gibt's nicht. Und? Und das haben die nicht. Was sind das denn für Hynies? Wirkt das der Schaden auf Tynies Angreifen? Ja, können wir die Tynies angreifen und riskieren, es betäubt zu werden. Und das krieg ich nicht. Ah. Boah. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Das ist noch die andere, woher wir wollen. Ja, ja. Durchaus möglich, ne? Ah. Scheint das. Aber die sind wieder... Nein. Was zur Hölle? Nichts für Hütze. Kann der nicht langsam mal raus sein? Aufgrund mit Inaktivität. Irgendwie sowas. Oh, mein Gott. Ich wollte schon sagen, weil ich bin... Ich bin nämlich nicht... ...für Worts zuständig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jetzt wird das Gold schön von dem verteilt. Ohne Schale. Ohne Schale, einfach simpel Verlust. Oh, ohne Verwägung. Tempo, Toss-Bonus. Oh, war ich gar nicht bei mir. Wieso zur Hölle, wieso haben wir denn immer noch kein Tor hier? Ich dachte, wir hätten mittlerweile ein Tor hier. Ja. Schale, ich weiß. Ich würd' ja gern. Das auch noch. Ich brauch' blöderweise 120. An. Ach, scheiße. Wo ist denn? Meine Fresse. Oh, sie hat eingekauft. Das ist jetzt grad. Ach, scheiße. Hm. So. Scheiße. Ach, scheiße. Ach, also. Echo-Saber hat Mana. Echo-Saber hat Mana. Dämliche Flasche. Ich muss jetzt zweimal trinken, um allen Angriff auszuführen. Ich hoffe, ich soll mich nicht mehr erinnern. Ach, ich war's. Top Tower ist... Ah, okay. Ah, da ist einer. Hm. Ich kapiere nicht, warum er das Zurückwerfen nicht macht. Ich meine... Das hätte ich doch jetzt mal, zumindest mal Equal geskillt zu dem Rest, weil das zur Verteidigung, falls man sich verteidigen muss. Dang it. Scheiße. Hm, Junge. Im Ernst? Ja, Flasche sich am Leben halten. Auch doch. A lot of murder going on here. Don't do it. Ah, das ist das denn jetzt, wenn ich schreitze. Oh, hey. Oh, take that! A lot of murder going on here. Why is magic? War ein Fehler, die zu kaufen. A quantity of murder, both sick and wicked. Vollarsch. Between rock and a dead place. Der hätte die fertig machen können, ey. Unglaublich. No, I think that. Der hätte die fertig machen können, dann hätte ich nicht sterben müssen. So ein Dreck. Was werfen, da kann man Creeps oder andere Helden werfen. Am besten eigene, auf die, damit die anderen Schaden erleiden. Warum, warum, warum. Ne. Was haben wir denn da? Oh. Das nicht. Oh. Hm. Oh, is he having any air left on? Oh nooo I'm showing him there Jackalbockers So knapp Das nur, weil ich die Manko gegessen hab Aber mein erster Kill Oh Gott, mit dem könnte ich Assists machen Nein, wenn ich Assists machen will, dann kill ich die Leute die ganze Zeit Darauf würde ich wetten Da bin ich nur noch am Leute platt machen Wenn ich Assists machen will Und wenn ich dann jetzt wie hier Kills machen muss Nur Assists Ah, das Timing ist auch noch nicht richtig Das stimmt Scheiße Der hätt bei mir in der Nähe bleiben müssen Was Ja, ist gut Ich weiß Ich denke Wo ist er? Sag nicht, dass der auch noch raus ist Gut, which Doctor is E-A-F-K Was ist das denn? Scheiße, im Ernst? Was ist das denn? Night Stalker ist raus Das ist für mich gerade irgendwie das größere Problem Was ist mit Scheiße, ey Night Stalker ist auch gerade raus Warum aber inaktiv? Das ergibt keinen Sinn Sag doch was, verdammt Dann versuchen wir doch mal hinterher zu kommen Wenn ich schaffe, werfe ich dich Scheiße Scheiße Fuck, 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 fuck Weck mich doch ab Kann ich den ja nicht werfen Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Was soll denn der Dreck? Night Stalker, erstmal Was macht das Zepter überhaupt? Wunderbar So ein Shit brauche ich Scheiße Scheiße Da THE ENEMY HAS DOEN YOU THEIR MIDDLE TOWER yaz stood Ich habe die Damage-Towered Mein Gott, ey Dementscheid Night Stalker Erstmal zurück Ist immer irgendwie AFK gegangen So, ärgerlich Mann, ich will die neuen Wards haben Blöd oder so Niktar, taking damage Vollidiot Silence SILENCE Mega-Kill Put me back into it Ich habe nichts mehr tun, Stalker zu tun Oh, du bescheuert bist Scheiße, komm schon Ja, also Ah Scheiße Ich hätte es nicht jetzt so betäuben sollen Scheiße Wunderbar Wunderbar Jetzt ist es nicht die Rune Ja 4, 4, 10 Naja, immerhin Drei, 10 Naja Tatsächlich Naja Ja, Lebensrauber So was wäre eigentlich Nice Okay Tiny Tiny Coming in Ja Hahaha Oh, out of range Enemy's bottom tower has fallen Enemy towers are invulnerable for the next few saves Ruin out These ranges aren't the same as well Yes Oh Oh Schon etwas, aber Am Ernst jetzt? Man, ihr macht nichts da draus Ah Ah Mist Ist ein Fehler, da mit halben Demer einzugehen Vor allem mit so wenig Manner-Regeneration Oh 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 If your top tower is under attack Ruin Ruin Storm Ruin 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 Oh Schau Es ist Alternative Du Ruin Du Ruin 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 Oh, okay. Soll ich mal eine Reihe an den Ebenzeugen aus, ja. Scheiße. Ich hab's den ja nicht, aber nicht. Schaden, Bewegungstempo bekomm ich, ach so. Stimmt schon. Ups. Oh yeah. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Trench ist hier, okay, gut. Trent Protector, Witch Doctor. Hä? Das spielt doch... Im Ernst, der war noch... Hm. Der war noch drin? Der war noch nicht. Gut, da hat noch eine Kopie erwischt. Der war noch nicht. Der war noch nicht. Hm. Scheiße. Weg. Weg. Ah. Du bist hier. Du bist... Du bist hier. Du bist hier. Keiner. Keiner kommt nur. Keiner kommt nur noch nicht. Die, die ich da stehen hatte. so wenig Lebensregeneration ey unglaublich wie so irgendein verdammter Vollidiot hat mir meinen unglaublich bisschen Bash Damage schadet ja nicht was ist denn überhaupt ah ja Lebensraube definitiv nochmal angesagt so gut ich brauche jetzt möglichst viele Last Hits wow das ist stark wie verrückt das ist besser als jede Battle Fury verpiss dich ich muss leveln im Ernst mh no hard feelings das ran off smash them Oh, no, no. Oh, no, 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 no. Mann, ich darf nicht vergessen, dass ich jetzt die Unterstützung... Also ich darf jetzt nicht vergessen, jetzt bei dem Spiel, dass Witch Doctor raus ist und dass ich dadurch grundsätzlich mal eine Menge mehr Geld bekomme und vermutlich auch Erfahrung. Okay, vergiss es. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Nicht deswegen, aber... Scheiße! Riss dich doch, verdammt! Riss Passport! Haha! Die haben ja Witch Doctor und weil die aus... Weil die auf Level 2 ausgestiegen ist, haben wir jetzt Probleme. Ich könnte kurz sagen... Die Tätten sind früher... Die mit den ganzen Betäubungsdingern... Sind echt nicht witzig, ey. Junge, Junge, dir ist schon klar, dass du das jetzt... Tower of Barracks in dir reißen musst. Um das gleich zu machen. Der Brunnen ist noch aktiv. Wunderbar. Fliss die mit! Wunderbar. Du hast kein Problem, wie du das hier ankommen soll. Wow! Wunderbar. Du verdammt! Geis du. Du verdammt! Ja, das wird verursachen! Du verdammt! Ich werde das da! Wunderbar. Ich fülle, wie die Nacht. Beklage. Tempo Avalanche 200 Schaden mehr auf 500 angehoben. Nicht schlecht. Karin, man kann den Schaden verdoppeln, wenn man blinkt. Interessant. Ach, das kann jetzt nicht auf Top gehen. Es ist nicht okay. Ich weiße ihn. Maldrige. Ja, nur ja mal. Ich weiße ihn nicht mehr. Wunderbar. Scheiße. Okay. Ich brauche Lebensraum. Da geht nichts dran vorbei. Ich brauche Lebensraum. Das ist unglaublich, wie wenig Schutz ich im Endeffekt habe. Jetzt. Umdrehen. Magen fertig. Ah, Mann. Scheiße, Mann. Mist, ich habe meine Frau vergessen. Das war doof. Das war wirklich, wirklich doof. Komm schon. Lass mir das. Lass mir das. Ich will die... Was ist das denn für ein Rotz? Lass mich doch mal hier... Junge, Junge. Das ist ja schlimm. Ich kann es noch nicht mal in der Ruhe irgendwo Wraithsplot machen. Das war unglaublich. Marklawn. Mal abflogen. Na klar. Tja, macht ihr doch mal. Ich würde gerne aus der Sicherheit der Basis ein bisschen angreifen, wenn... Nein! Sieht! Ja, definde. Bis auf Lina haben wir doch jetzt alle. Ein bisschen Crit könnte ich gebrauchen. Was ist das da einfach? 3200. Was soll ich das hier einsetzen? Dann hätte ich Ausweich Chance. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch. Sechs Kills immerhin jetzt. Noch ein bisschen. 3200. Ich würde ja sagen, ich mache die nächste Welle. Aber... So. Kann es sein, dass der Baum sich verbiebt? Und gleich habe ich es. Unlehrbar. 25 Agilität. Nein, nicht im Ernst. Ne. Keine Ahnung. So. Das gibt es nicht. Im Ernst? Ja, das kriegen wir Chantress. Wirklich? Schade Sache. Wenn... Ne. Das ist ja gut. Ich muss nicht aufpassen. Ich muss eigentlich ganz schön ausgeteilt haben, aber das ist natürlich... Ah, dang it. Wollte ja noch sagen, dass die vorsichtig sein sollen, aber hey, wer hört denn auf mich? Wieso schlägt der eigentlich immer mit dem Haken zu? Oh, aber an der anderen Hand und Fleischerbein. Wollte ja jetzt nicht so. Oh, und das ist die Position zum Verteidigen, oder was? Dammit. Genau, jetzt fangt der so an mit dem Kampf. Diese dämliche Wurst. Nein, macht sich weiter. Da. Nein. Scheiße, Mann. Ich hab die Betäubung hat, weil die mich nicht gezogen, ey. Ja. Das ist ärgerlich. Dammit. Natürlich. Oh, nein. Boah. Jetzt kommt ein bisschen nachschlag. Oh, ja. Scheiße. Okay, das war cool. Scheiße. Tja. Selbst mit Lebensraum funktioniert das nicht. 320 Schaden. 320 Schaden. Und es funktioniert einfach nicht. Oh, what a pity. You've lost your top tower. Dang it. Warum? Warum muss das jetzt zu einer Niederlage werden? Die Mann. Stop. Die Mann. Die Mann. Das war's. Das war's. Die Mann. Die Mann. 4, 3, 4, 2, 1 Ich wäre noch bereit gewesen. So ein Rotz. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Wie kann man nur... Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich nervig. Nichts geschafft. Naja. Neuer Versuch. Vielleicht haben wir diesmal ja welche, die nicht ganz so bescheuert sind.